Hallo, schön, dass Sie vorbeischauen. Sie kommen gerade zur rechten Zeit. Das ist A&O und die verdienen ihr Geld mit leckeren, süßen Äpfeln und saftigen Orangen. Offensichtlich treffen sie den Geschmack der Kunden, denn sie verkaufen ganz gut. Und sogar Herr Meier, der Chef von A&O, ist recht zufrieden. Aber es ist Vorsicht geboten, denn die Konkurrenz schläft nicht. Und siehe da, langsam aber sicher verdrängen die anderen Unternehmen A&O vom Markt. Herr Meier ist ratlos. Was kann er verändern, damit seine geschätzten Kunden mehr Obst bei ihm einkaufen und nicht zur Konkurrenz überlaufen? Er braucht jemanden, der ihm hilft, neue Kunden zu gewinnen und zu halten. Und der mit Schwung dafür sorgt, den Umsatz und der Trag des Unternehmens zum Blühen zu bringen. Da bekommt er einen Tipp. Die Vertriebsexperten von Selling Power sind dafür genau die Richtigen. Denn sie sind der Wegweiser, der Impulsgeber und die treibende Kraft, um Vertriebsorganisationen auf ein höheres Level zu heben. Gemeinsam mit Herrn Meier und dem Vertriebsteam macht sich Selling Power sofort an die Arbeit und analysiert die Prozesse und die Vertriebsleistung von A&O bis ins Detail. Schnell werden Verbesserungschancen entdeckt und das Unternehmen kundenorientierter ausgerichtet. Auch die A&O-Vertriebsmitarbeiter sind vom wertorientierten Verkaufskonzept der Selling Power Trainer überzeugt. Voller Tatendrang setzen sie das Neuerlernte sofort um. Die Prozesse laufen jetzt wie geschmiert. Der Vertrieb arbeitet auf einem höheren Level und der Service ist perfekt. Die Kunden erkennen nun, dass die Produkte von A&O attraktiver als die von den Wettbewerbern sind und ihnen besondere Vorteile bieten. Sie kaufen, kaufen, kaufen. Sie bezahlen auch gerne mehr dafür, weil es ihnen die A&O-Produkte wert sind. Und weil die Ergebnisse stimmen, werden mit den Experten von Selling Power gleich noch Zukunftspläne für die Weiterentwicklung des Vertriebsteams und der Produktpalette besprochen. Und die Konkurrenz? Die, die bleibt auf ihrem Obst sitzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020